Das sind Sandra und Frank. Sandra und Frank wollen trainieren. Sandra legt bei der Auswahl ihres Studios viel Wert auf Qualität. Frank ist das zu teuer. Schon beim ersten Probetraining merkt Sandra, dass ihr Trainer individuell auf sie und ihre Bedürfnisse eingeht, im Einzeltermin. Frank fühlt sich weniger gut betreut. Sein Probetraining gleicht einer Massenveranstaltung. In Sandras Studio gibt es immer genügend freie Geräte und ausreichend Platz zum bequemen Trainieren. Frank findet nur selten direkt ein freies Gerät. Das Studio ist unübersichtlich und überfüllt. Die Trainingsatmosphäre? Fragwürdig. Sandra wird von geschultem, qualifiziertem Fachpersonal betreut. Die haben wirklich Ahnung. Franks Studio sieht das nicht ganz so eng mit der Qualifikation. Die Anforderungen an das Personal sind hier vielfältiger. Frank findet das gut. Endlich kann er seine Übungen machen, wie er es will. Mit den Geräten kennt er sich auch alleine aus. Sandra entspannt nach dem Training gerne noch etwas in angenehmer Atmosphäre. Frank ist da genügsamer. Mehr als eine schnelle Dusche braucht doch eh kein Mensch. Sandra fühlt sich in ihrem Studio rundum wohl. Sauberkeit im Trainings- und Duschbereich sind hier selbstverständlich. Frank ist sich fast sicher, dass er den Fußpelzen nicht aus seinem Studio hat. Er ist auch nicht empfindlich, was größere Schweißmengen angeht. Es gibt auch mal Events und Veranstaltungen in Sandras Studio. Sie hat schon viele neue Freunde gefunden. Die Stimmung ist familiär. Frank wird in seinem Studio immer noch mit Franz begrüßt. Es stört ihn aber nur noch minimal. Auch wenn es verschiedene Trainingsansätze gibt, am Ende ist nur eines wichtig, dass jetzt beide fit und gesund sind. Nicht wahr, Frank? Musik 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 Musik